Er soll es nun richten in Italien, Mario Draghi, der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank. Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat Draghi am Mittwoch mit der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit beauftragt. Italien befinde sich in einer schwierigen Lage, sagte Draghi in Rom. Er sei aber zuversichtlich, dass es ihm gelingen werde, eine Regierung zu bilden, um die Herausforderungen zu meistern. Mattarella wiederum scheint zu hoffen, dass eine von Draghi geführte Regierung aus unabhängigen Experten die notwendige Unterstützung der Parteien gewinnt, um das Land aus der Corona- und Wirtschaftskrise zu führen. Gelingt dies nicht, blieb als Alternative eine Neuwahl spätestens im Juni. Auf welche Parteien sich Draghi stützen könnte, war zunächst unklar. International genösse eine von Draghi geführte Regierung sicherlich ein relativ großes Ansehen. Er war bis Oktober 2019 Präsident der Europäischen Zentralbank und gilt als einer der wichtigsten Retter des Euro inmitten der Schuldenkrise im Jahre 2012. Derzeit leidet Italien besonders schwer unter der Corona-Pandemie, nicht zuletzt wirtschaftlich. Der wirtschaftliche Einbruch im Vorjahr war so stark wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Vorjahr, der wirtschaftlich sind, für heute hat unsuren Beitrags shaul gesиваем.